Beschreib doch einfach mal dein ideales Konzert. Also das ideale Konzert. Ein Stadion mit tausenden von Menschen. Alle rasten völlig aus. Und du, Victor? Ich hab da wirklich eine ganz andere Meinung zu. Zumal kommen ständig Leute mit ihren Songs. Victor. Mike. Du wolltest was singen. Na komm. Ein super Song. Ich komm mit der Platte nicht weiter. So eine Scheiße, Mike. Stopp, 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 stopp. Die ganze Zeit versucht ihr irgendwie an meinen Songs was zu verändern. Verbreitest die Lieder unserer Feinde. Geht's schon los? Geht's gleich. Sind die denn verrückt geworden? Sowjetische Rockmusiker müssen sich bemühen, das Gute im Menschen zu finden. Wenn erstmal die Kids deine Songs auf der Straße singen, ja das wird alle umhauen. Ich will Victor küssen. Soll ich das absägen? Du kannst nicht mehr kommen. Mike's Meinung ist mir wirklich sehr wichtig. Wir müssen irgendwie raus aus unserem Sumpf. Wir könnten deine Songs ja mal irgendwem im Westen vorspielen. Was wäre denn in meiner Musik für sie wirklich neu? Nach den Beatles, Stones, Daws, mit Zeppelin, Clash, Joy Division, Bowie, Bowlen oder Dylan? Wer weiß, vielleicht fahren sie ja darauf ab. Bericht und